Wo ist denn hier? Er ist auch zu fehlen, da bin ich! Sagen Sie mal, können Sie mal die Karte ausmachen? Ne, mach ich nicht. Er wehrt sich hier gegen uns, nicht anders. Trotzdem, das weiß ich nicht. Fiam, bleib bei mir immer noch. Lassen Sie das jetzt, wir doch noch mal! Warte! Das ist mein Handy, ich kann damit machen, was ich möchte. Doch, das kann ich. Das ist egal. Das sollte man nicht fehlen. Nein, das darf man nicht fehlen. Achtung. Das kann ich mir nicht mit ansehen, ja? Wollen Sie das jetzt ins Netz stellen? Nein, natürlich nicht. Aber das kann nicht sein, ja? Das ist ein Junge, das kann doch nicht wahr sein. Sie sind doch auch Menschen. Ja, wirklich, ich weiß doch, es ist mir egal. Das macht ja nichts mit meinem Herz. Lass mich da nicht fehlen. Das ist egal, ich begleite gar nicht. Mein Gefühl ist, ich soll jetzt fehlen, ja? Das ist nicht normal. Dieser Mann hat Probleme. Geh runter! Trotz würde er das niemals machen. Legt es auf den Boden, Mann! Warte, ich weiß nicht. Geh runter! Bleiben Sie doch ruhig! Geh auf den Boden! Ja, wir gehen gleich. Das ist doch nicht normal. Was tun Sie ihn an? Er macht doch nichts! Er macht doch nichts! Was tut ihr ihn an? Leute, bleibt doch mal locker! Was tut ihr ihn an? Und er weiß noch! Er ist schmank, aber das ist 15 Jahre alt. Das gibt es doch nicht! Er ist 15 Jahre alt! Bleibt doch entspannt! Er kriegt keine Luft! Er kriegt keine Luft! Er kriegt keine Luft, Leute! Was tut ihr ihn an? Was tut ihr ihn an? Nein, da geht ihr ihn an! Entspannt euch! Was hat er getan? Für die Frau, das ist nicht für die Frau. Aber ich bin ein Mensch. Es interessiert mich, was diese Zustimmung hier getan hat. Das sind viele Menschen. Er hat keine Waffe in der Hand. Er trägt keine Waffe! Ich bin doch hier seit 5 Minuten! Er tut nichts! Ja, die gehen nach Hause, Mama. Die gehen jetzt nach Hause, mein Schatz. Sie hören jetzt auf zu filmen, dass das Handy nicht weg ist. Nein, das Handy kommt nicht weg. Das ist mein Handy, das ist mein Recht zu filmen.